So, weiter geht's in der nächsten Episode. Ich mach jetzt hier mal Sachen. Na, lohnt sich das da reinzustecken, ey. So teure Dinger, ey. Komm, ich mach mal, alles in die Brüste rein, oh yes. Kann man die da eigentlich wieder rausholen, die Steine, ne? Na klar. Echt? Entzockeln, das ist der dritte Reiter von oben. Ach so, okay. Ja gut. Ja gut. 1750 hab ich jetzt. Schaden? Jo. Ich hab 1243. Wie viel Zähigkeit hast du? 18.000. Hm, 37.000. Fast 38. Boah. Na ja, Tank halt, ne? Ja, richtig, richtig. Ja, machst du jetzt nochmal hier so eine Aktion auf, oder was haben wir jetzt vor? Äh, als nächstes haben wir noch zwei Sachen offen. Dann kriegen wir die ersten Sachen für die Season geschenkt. Ui. Neuen Portraitrahmen und eine neue Flagge. Flagge könnte dir sogar gefallen. Okay. Und, äh, dafür müssen wir Königin Arane töten und Zydea. Das sind zwei Bosse. Eigentlich easy going. Die können wir einfach beide mal legen. Dann ist der nächste, er reicht die Level 35. Das haben wir auch fast. Ich würde sagen, dann haben wir die erste Ballonung schon mal durch. Ja, okay. Ja, nice, oder? Nice. Dann guck ich jetzt mal kurz, wo es Zydea ist. Er hat den Plan. Ich hab keinen Plan. Zydea. Warte auf dich. Wieso? So was. Nein, alles gut. Hat keiner gesehen, kann er mitbekommen. Los geht's. Hast du die Aufnahme noch nicht gestartet, ja? Doch, aber komischerweise wollte ich auf dein Portrait klicken mit rechts. Aber außer Strahlen ist da nichts passiert. Wie geht's denn das Nielt? Zzzzzzzz Zzzzzzz 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 Niemand kann mich aufhalten. 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 Man hat einfach keine Zeit zu skillen. Niemand kann mich aufhalten. 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 jetzt kommt die gleich mit full life wieder oder was wir machen jetzt einfach Stimmenfahrt durch ich glaube ich habe ein epic Zauberstab erstmal aufmachen jetzt und kann der was glaube ich hier guckst du das hatte ich eben auch an meinem letzten Zauberer den ich eben gespielt habe wo wir zusammengespielt haben aber halt die Version für Level 70 erhöht den Schaden von Arcane Kugel und Arcane Kugel explodieren ein zweites Mal alter ja da bin ich doch dabei ne da werden jetzt die Arcane Kugeln gemacht ne krass 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 kann sich ganzes krepp mir hinterher porten wenn du fertig bist ich warte auf dich achso ja ähm ja belast dir Zeit ja wenn du da deine Skills noch umbauen musst ja und noch ein paar Sachen umziehen hier da da noch oh alter so das ist ein Unterschied hier ich bin jetzt bei 2400 Schaden ja ja jetzt geht jetzt steil deswegen ich sag mal wenn wir hier das Ding durch haben können wir eigentlich glatt mal den Schwierigkeitsgrad ein bisschen nach oben tendieren so Arcane Kugel was mache ich denn da für ein Ding er hat die Geschwindigkeit der Kugel mit dem verursachten Schaden reduziert den Wirkungsbereich er zeigt die Kugeln die um einen rumfliegen sind nicht so geil oder was? weiß ich nicht keine Ahnung ich hab meinen Mage nicht so viel gespielt und schaue wo mit dem Ohr war's Nein, dann behalte ich lieber das. Ich bin ein Schuss, aber ich habe ihn nicht. Ich habe ihn nicht. Ich habe ihn nicht. Ich habe ihn nicht. Schwerig, Schwerig, okay, ich lasse es jetzt mal so. Schwierig, Schwierig. Schwierig, Schwierig. Schwierig, Schwierig. Schwierig, Schwierig. Schwierig, Schwierig. 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 Das war's für mich. Das war's für heute. So, da ist hier vorne auch schon der Eingang. Die hat auch so lustige Sachen wie das ist, die wir schon mal machen. BOMBA SHB 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 Ja, aber ich weiß noch nicht, was ich tun soll, ne? Ja. Ich glaube nicht, bei dir. Ich glaube nicht, bei dir. Ich glaube nicht, bei dir. ... die ich meine alten Meister jetzt sehen könnten. Nice. So, neue Arm-Dinge. Oh, richtig nice Hose. Oh, das ist aber ne schöne Hose. Jo, neun Gürtel. So. Ich glaub das war's, was hiermit. Raus, ne. Ja, fertig hier. Irgendwie schnell mal drum. Ja. 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 Äh, wie wandle ich dann nochmal um? Einen Stat von irgendeine Meite. Äh, bei der Mystikerin. Mystikerin, Mystikerin. Was ist mit Yonder? Gibt's hier überhaupt eine? Mhm. Das Minimap, musst du gucken, das ist so ein gekringeltes Symbol. Ah, okay. Alles klar. Das ist da hinten irgendwo, ne? Jo. Ja. Klicken sie mir damit um die Eigenschaft? Die will ich nicht haben. Oder was? Ja. Ja. Intelligenz. Mannschaft tauschen. Keine Ahnung, ob sich das jetzt für den Drop hier so gelohnt hat, aber ich sag mal. Läuft. So, was haben wir noch? Wie krieg ich die Steine da wieder raus? Ähm, Zauberber hier beim Christ, beim, beim Gemtypen hier, kannst du die rausholen lassen. Okay. Dritte Reiter von oben. Jo. Alles klar. Ah, ganz schön teuer, du! Ähm. Topaz. Erstmal alles ausprobieren, hier soo. Ach, jetzt muss ich die noch auf 10 haben. Nicht egal. Ja. Also jetzt ehrlich. Was soll's. Wollen wir hier noch was gutes? Obwohl, da kann ich auch da reinstecken. Hab' ja gedacht. Ja, von mir aus können wir weiter, mir soll's jetzt nicht scheitern. Ja, ich mach's sagen, wie du hier rumläufst, mach ich mein, mein Ding hier, ne? Ja. Ich hab's hier nicht eilig. Aber, ich höre dafür, dass ich meine Treeset habe. Ich hab' grad erst mal gesehen, wie behindert meine, mein Kopfschmuck aussieht. Ja, meiner auch. Gehst du das Spiel verlassen? Jo, ich hab' Du hast nun voll den stylischen Hut, ja? Ich, ja. Und du auch. Ich hab' noch mal ein Portal machen. Ich warte immer noch. Ja, warum nicht? Ich muss hier nur mal kurz eine Fähigkeit, gerade fällt's mir wieder ein. Ähm. So. Okay. Ich habe nicht genug Arcan-Kraft. Hast du jetzt gerade deine gesamten Ressourcen verbraucht? Gesamten Ressourcen? Wie meinst du das? Rechts in Mana. Ja. Bing, 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 bing. Ey, ist das schon eine gute Idee, dass sie zurückfliegen zu dir? Ja, dann machen sie den Schaden ja direkt bei dir, ne? Ja, ich weiß. Aber die andere Alternative ist, dass die um mich rumfliegen oder, oder dass der Schaden verringert wird. Wenn ich, äh... Ne, ne, ich nehme einfach das hier mal. Ich brauche Arcan-Kraft. Bei was für einer Schwierigkeit sind wir jetzt? Qual. Eins. Warum? Wieso? Wieso? Mir sagt das ja sowieso nicht so viel. Ja, ja. Ja, aber jetzt lohnt sich das, dass ich mit den XP... ... oder mit dem Zeug. Weil ich mich draufhippe. Ich hab Sie mit dem Spuren geliehen. Sie richtet extra far, wenn sie nicht bereitstellen, und machen es nicht. Ich schaue mich mit den Fenster room zu sehen. Ich bin mit dem Schaden. Wieso? Ich habe immer noch auf die Schaden. Nun landos erstétais, aber löst das hier. Aber die ganz, sind die Schaden. Ich habe nicht genug Arcan Kraft. Ich habe nicht genug Arcan Kraft. Das war's für heute. 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 Pfff... Das war's für heute. Pfff... 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 Laser ihn los! Du hast ja mal so viel mehr Schaden als ich bin ein Laser. Ich habe ihn mit meinem devoteden Schaden, um sich an den Schaden zu schaden. Ich habe ihn mit dem Schaden. Ich habe ihn mit meinem Schaden, Schaden. Ich habe ihn mit meinem Schaden. Okay. Das war's. 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 Ah, Mann. Da haben die echt schon viel überleben, du. Bisschen. 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 Keine Strecke. Ich bin nur auf dem Weg zurück, ne? Ich mach Tee. Ich hab echt nur Schrott gefunden, ne? Ja gut, aber du hast imperialen Sachen gefunden, na gut. Hm. Ich glaube, das, was ihr anhabt, ist auf jeden Fall auch besser. Hier könnt ihr eventuell tauschen, aber... Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Was ist das denn hier? Magisches Templar-Relikt. Ist das wieder so ein Ding für den NPC oder was? Okay. So. So. Also reparieren und jetzt kann ich hier noch ein paar Steine... Steine machen. Ähm... Ne, ist ein bisschen teuer. Warte mal. Warum? Warte mal. Ähm... Hier noch einen und da noch einen. Oh. 2.900. 1.600. Aber ich habe auch auf Damage, äh, auf Tanken geskillt. Hier, komm mal, bleib mal kurz her. Komm mal her, komm mal her hier. Komm mal ran, blieb ran. Mach mal I auf. Und wie viel Zähigkeit hast du? Hast du hier auch? Äh... 57.000. Und jetzt? Boah... 187.000. Ne, knack, weiß Bescheid, ne? Junge, Junge. Die Buffs sind real, oder was? Äh, ich habe hier extra dafür hier Geboterechtigkeit geskillt. Mit, äh, dass meine Begleiter auch petten zählt, der hier Rüstungsbonus kriegen. Die Uhr, Alter. Meine Knack, weg. Äh, wovon habe ich jetzt was bekommen? Ich habe das Portal mal abgegeben. Alles klar. Ja, gut. Oha, hier ist so viel Zeug gekriegt. Alles leuchtet. Die nhà. oder Wommer im So, was haben wir hier noch? Wir könnten uns jetzt mal den Kammerheiswürfel holen. Moment, Moment. Das ist ziemlich geil. Okay. 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 I'm going to ignore this value. Okay. What? Vielen Dank.